Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Gönn-dir-was-Video in diesem Monat. Und heute möchte ich euch wieder etwas empfehlen, was ihr euch gönnen könnt. Und zwar maßgeschneiderte Dessous von Bra & Bee. Ich habe die liebe Sarah über Facebook kennengelernt und war von ihrem Konzept total begeistert. Und mega traurig, weil ich halt nicht in der Nähe von Herzogenrath wohne. Und da die Dessous, vorrangig natürlich die BHs, maßgeschneidert sind, muss man natürlich auch zu ihr an den Vorort natürlich sein. Aber vielleicht bekomme ich das irgendwann mal irgendwie geregelt, weil ich finde ihr Konzept so, 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 so toll. Und deswegen möchte ich euch das heute vorstellen. Ihr Atelier heißt wie gesagt Bra & Bee. Und sie produziert da, oder ja, sie produziert nachhaltige Dessous, richtig, richtig klasse. Und die sind halt maßgeschneidert, weil ich kenne das so gut. In beiden Schwangerschaften habe ich meine kompletten, mein komplettes BH-Sortiment immer auswechseln müssen. Also vor der Schwangerschaft mit Vince hatte ich ein komplett anderes Cup als während seiner, also während der Schwangerschaft mit ihm und auch danach. Und auch bei Svea hat sich dasselbe abgespielt. In der Schwangerschaft mit ihr brauchte ich komplett neue BHs. Nach der Schwangerschaft mit ihr brauchte ich komplett neue BHs. Und ich trage jetzt seit ungefähr, ich würde sagen seit 17 Jahren ungefähr, trage ich jetzt BHs. Und in meinem ganzen Leben habe ich noch nicht einen einzigen BH gehabt, der perfekt war. Also oftmals habe ich, dass die irgendwo drücken. Und wenn es auch erst im Laufe des Tages ist, dass die hier drücken, dass die unten drücken, dass man dann so Dellen hat von den Trägern. Oder dass die eine unschöne Brust machen, dass das oben rausquillt. Das kennen ganz viele Frauen mit großen Brüsten zum Beispiel. Dass es einfach nicht passt. Und ich war auch schon mal in einem teureren Geschäft und habe das vermessen lassen. Und auch dieser BH, den ich dann da gekauft habe, nachdem ich vermessen wurde und der ja eigentlich die richtige Größe haben müsste, passt nicht. Er tut unglaublich weh und ich trage ihn unglaublich ungern. Und deswegen sind solche Geschäfte wie Sarah es hat so, 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 so wichtig. Und ich finde als Frau sollte man sich das A gönnen, weil das trägst du jeden Tag, stundenlang. Sollte man sich das A gönnen, wirklich einen BH, der hundertprozentig auf dich passt und es auch investieren. Weil eben aus demselben Gründen, ihr investiert ja auch in eure Gesundheit, in euer Wohlbefinden. Deswegen finde ich das unglaublich wichtig, sich sowas wirklich mal zu gönnen. Sarah sagt es auch so schön, das ist ja, das ist ein büsten Halter, der soll dich unterstützen. Und in den meisten Fällen, oder wie bei mir ist es zum Beispiel so, ich ärgere mich eigentlich hauptsächlich darum, weil sie mich halt nicht unterstützen, sondern weil mich diese BHs einfach nerven. Der Ablauf bei Sarah ist dann so, dass man erstmal ein Erstgespräch wirklich mit ihr hat. Also sagt, okay, was möchte man von dem BH, welche Probleme hatte man halt mit vorangegangenen BHs. Dann wird es natürlich alles vermessen. Ihr könnt euch dann Farbe und Stoffe und alles aussuchen und formen. Und das dauert eine Stunde dieses Erstgespräch und dann hat man nochmal zwei Anproben danach. Und es werden halt ungefähr so drei bis vier BHs werden in dieser Zeit halt angefertigt. Es kann auch noch eine dritte Anprobe geben. Also es ist dann wirklich auch was, was, ja, wo auch was dahinter steckt, ne? Wo ihr immer wieder probieren könnt, wo nochmal was geändert werden kann. Das finde ich so klasse. Und bei den Kosten hat sie eine echt tolle Aktion. Und zwar bezahlt ihr die Materialkosten, selbstverständlich, und dann das, was ihr für richtig haltet. Das heißt, sie nennt euch ihre Arbeitszeit und ihr bestimmt ihren Stundenlohn. Also ihr entscheidet dann, was ist euch diese Arbeit wert. Und mir wäre das ganz viel wert. Also ich glaube, in diesen Minimum drei Treffen, die man mit ihr hat, bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit dahinter steckt. In diesem perfekten BH, für euch perfekten BH. Und wenn man den dann trägt, glaube ich, und wenn man jahrelang halt nicht gut sitzende BHs hatte und dann diesen einen perfekten BH hat, Ich glaube, dann ist man auch bereit, einiges dafür zu zahlen. Und man gibt das Geld dann, glaube ich, auch einfach gerne, weil man diesen Prozess mit ihr gegangen ist und weil man dann diese maßgeschneiderten, passgenauen BHs endlich mal hat. Was sie eben auch macht, ist BH Recycling. Ich weiß schon, dass ich demnächst mal wieder meine BHs komplett aussortieren werde. Und die werde ich ihr dann zuschicken, weil sie halt schaut, welche Teile sie noch verwenden kann. Also es ist auch wirklich, da steckt auch noch mehr dahinter. Also es geht bei ihr halt auch um Nachhaltigkeit. Die BHs werden auch vegan zum Beispiel hergestellt. Sie werden fair hergestellt in Deutschland. Sie benutzt nachhaltige Materialien, um sie herzustellen. Sie benutzt recycelte Materialien natürlich auch, wenn man seine BHs zum Beispiel hinschickt. Sie benutzt Ökostrom zum Beispiel. Sie hat eine umweltfreundliche Verpackung. Also das ganze Konzept ist einfach stimmig bei ihr. Und wenn man sich so einen maßgeschneiderten und dadurch natürlich auch ein bisschen teuren BH kauft, weiß man ab und sollte beachten, Qualität statt Quantität. Also dann habe ich wirklich lieber drei BHs, die zu 100% top sind und passen, als halt irgendwie zehn und keiner davon passt, richtig? Dann ist da natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit des BHs dahinter und die Wertschätzung. Also dass man halt einfach auch merkt, wie viel Arbeit dahinter steckt, der einen persönlichen Kontakt zu ihr halt hat und dann dieses Produkt, diesen tollen BH dann auch einfach wertschätzen kann. Also weil mich dieses Konzept halt wirklich so von vorn bis hinten überzeugt hat, wollte ich euch heute das gerne vorstellen und euch dazu anregen, euch doch mal so einen tollen maßgeschneiderten BH von Bra & Bee zu gönnen. Ich verlinke euch die Seite natürlich gerne unten in der Infobox, schaut gerne mal vorbei und wer vielleicht dann Erfahrung mit Sarah gemacht hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das dann in den Kommentaren mit den anderen teilt. Ich hoffe, dieses letzte Gönn-dir-was-Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dann, tschüss!